Hallo zusammen, heute starten wir jetzt, nachdem wir letzte Woche die technische Skizze gemacht haben, mit den Grundlagen für die technische Zeichnung. Zu Beginn, das ist ein Zeichenblatt, mit diesem arbeiten wir ab jetzt immer, denn hier sind die wichtigsten Informationen drauf. Als allererstes starten wir mit dem Feld hier unten. In dem Feld Name schreibe ich nebendran, von wem diese Zeichnung ist, damit ich auch das später zuordnen kann. Klasse, kommt eure Klasse bitte hin, in welcher Klasse ihr seid und das Datum des heutigen Tages. Bei mir 25.04. GEPR bedeutet geprüft, das ist mein Feld, dort kann ich unterschreiben, wenn ich eure Sachen geprüft habe und sie so richtig sind. Und die Blattnummer, oft haben wir mehrere Blätter, die wir zeichnen, schreiben wir die Blattnummer rein. Den Maßstab können wir erstmal weglassen. Nun haben wir noch ein großes freies Feld, dort schreiben wir rein, was für ein Werkstück es ist und was handelt es sich bei dieser Zeichnung. Hier ist es die erste technische Zeichnung, mit der wir arbeiten werden. Bevor wir anfangen mit der technischen Zeichnung, müssen wir ein paar Grundlagen erstmal schaffen. Wir starten damit, dass wir ungefähr in die Mitte unseres Blattes, und zwar ganz wichtig, dass wir das Ganze gerade machen, eine Linie zeichnen. Das Ganze könnt ihr super gut mit dem Zeichenbrett machen, dort seid ihr, wenn ihr das richtig gerade einspannt, auf jeden Fall zu 100 Prozent gerade. Schritt Nummer eins, eine waagrechte Linie ungefähr in die Mitte unseres Blattes. Schritt Nummer zwei, wir drehen das Geodreieck und zeichnen ein Kreuz, das heißt auch hier in die Mitte unseres Blattes ungefähr eine Linie, sodass sich ein großes Kreuz ergibt. Nun haben wir vier Felder, eins, zwei, drei, vier. In das rechte untere Feld, dort zeichnen wir eine Diagonale mit 45 Grad. Wenn ihr ein Geodreieck habt, habt ihr hier immer automatisch mit diesen beiden Linien hier 45 Grad. Das heißt, dass sie anlegen, schauen, dass die Linien übereinander liegen und nach unten fahren. Das ist die sogenannte Spiegelachse. Für was wir die brauchen, erkläre ich euch im nächsten Video. Das sind die ersten Schritte, die wir verwenden beim Zeichnen. Problem, wenn ich jetzt hier an die Ecken direkt meine technische Zeichnung mache oder mein Werkstück hinlege und das hier zeichnen möchte und dann rüberklappe, dann habe ich keinen Platz. Ich weiß nicht, wo ist jetzt welche Kante, was gehört zu welcher Zeichnung. Deswegen macht man folgendes. Ihr legt das Geodreieck an und geht einen Zentimeter nach links und einen Zentimeter nach rechts und markiert euch das. So sollte es nun aussehen. Anschließend legt ihr das Geodreieck wieder an oder euer Zeichenbrett und zieht eine Linie hier herunter. Dasselbe auf der gegenüberliegenden Seite. Auch hier wird eine Linie gezeichnet. Wichtig, ihr seht, die Linien sind nicht nur auf einem Feld, sondern in jedem Feld sollen die Linien sein. Hier ist es gar nicht so schlimm, wenn das nicht so weit geht. Hier reicht es, wenn es die Spiegelachse schneidet. Das ist Schritt Nummer 2, die beiden Linien hier links und rechts davon. Schritt Nummer 3. Wir legen wieder unser Geodreieck an und machen nun einen Zentimeter nach oben und nach unten. So sollte es nun aussehen. Und auch nun zeichnen wir hier wieder eine Waagrechte, einmal bei dem einen Zentimeter und einmal hier. Ob ihr das richtig gezeichnet habt, könnt ihr überprüfen. Denn hier bei der Spiegelachse müssen sich alle drei Punkte schneiden. Wenn wir nun zeichnen wollen, sind unsere Grundlinie, wo wir anfangen mit dem Eck, wenn wir jetzt das als unser Werkstück nehmen, wo unser Eck hier anfängt, immer diese Stellen hier. Das sind unsere drei Stellen. Hier beginnen wir immer mit dem Zeichnen. So haben wir etwas Abstand von unseren Werkstücken und können genau erkennen, wo was ist. Noch mal zur Wiederholung. Hier haben wir die Vorderansicht. Die kommt immer oben links hin. Die Ansicht, die ich habe, wenn ich frontal von vorne auf mein Werkstück schaue, so wie ihr das jetzt schön sehen könnt. Dann habe ich auf der rechten Seite daneben meine Seitenansicht und zwar von links. Die haben wir immer von links, das heißt von hier gesehen. Wir nehmen das Werkstück und klappen es hier rüber und zeichnen das, was wir nun sehen können. Wir gehen wieder zurück auf unsere Vorderansicht. Das ist immer unsere Grundansicht. Und zum Abschluss haben wir noch unsere Draufsicht. Hierzu nehmen wir das Werkstück und klappen es nach unten und zeichnen dann, was wir sehen. Das ist die Grundlage für unsere Zeichnung. Damit können wir jetzt dann anfangen mit dem Zeichnen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Das ist die Grundlage für die Wahrheit. Über die Sicht die Wahrheit sieht aus. Das ist die Grundlage für den Zeichnen Tag. Wir gehen noch einmal namentenstreiten. Die Wahrheit ist dann einfach ein sehr, sehr, sehr dabei. Das ist die Grundlage für die Wahrheit.